Musik 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 Und dann sehr gut Dann nehme ich es mal. So, dann kann ich aus dem normalen Silikon irgendwie Silikon-Platten machen. Silikon-Platten machen. Silikon-Platten machen. Silikon-Platten machen. Ich finde es zwar nett, dass er mich da alles obseraten lässt, aber ich finde es einfach zu witzig, wenn er singt. Die sind sowieso alle zu schaden. Wenn jemand singt, dann falls jeden. So, ich habe vier Leder. Gut. Läuft. Mieter. Na dann macht das. Erstens zaubern. Erstens. Solare noch Bühne. Leute, wer es kennt. Ja, das ist auf jeden Fall. Erinnere mich dran, dass ich nach der Folge, dass ich am Ende der Folge noch einmal dorthin gehe. Okay. Ich sage einfach dem Timo, dass ich weiß, dass der Kugel sein Vergehen begangen hat und dass er dann ihm das sagen soll, aber nicht, dass es von mir kommt. Ho, ho, ho. Böser Philipp, oder? Halt, go. Ziemlich. So. Von mir läuft auf jeden Fall. Da habe ich Holz. Ich habe Holz. Hurra. Ich habe Blätter. Hurra. Dann mache ich mal hier so und so und so und so und so und dann mache ich so und so. Dann habe ich drei Bücher. Und dann kann ich das so machen. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Und? 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 Mach ma es ganz episch auch unter mir. So. Damit man schön alles sieht. Vorman-o-micum. Oho. Vorman-o-micum. So. Jetzt habe ich mein Vorman-o-micum. Tolle Sache. Tolle Sache. ich will hier wieder zurück. Dann mache ich mir zuerst einen Arcanen Work Table. Einen normalen Table. Wie mache ich einen Table? Ja, das lasse ich mal schnell machen. 1,2,3. So, mache ich mir gleich zwei Table. So. Und jetzt habe ich meinen Arcanen Work Table. Und jetzt habe ich mir Das kann ich auch bei ihm machen. Der ist da rein, da rein, da. Skelettenskale. Da rein. Jo. Hab ich verloren. Ich kann mir jetzt aber auch das hier machen. 1, 2, 3. Junge, ich bin so toll. Echt? Echt? Muss ich das glauben auch? Gut, hätte ich ihn nicht. So, nur ein Kessel. Kau-Bron. Kau-Bron. Sagen wir mal. Kau-Bron. Sagen wir mal. Kau-Bron. Lauf von Firmauer. Aus Eisen. Dann hab ich das auch gleich. Dann hab ich das auch gleich. Das besteht ungefähr alles aus Eisen in Fito-Bist. Nur halt in verschiedener Form. Dann hab ich da mal. Dann hab ich da mal. Kau-Bron. Ja, mal schlau. Dann hab ich das�ap. Dann hab ich das hier drin. Dann hab ich das hier drin. Dann hab ich das. Dann hab ich das, das war, ich weiß nicht. es ist möglich mit aus dem Kommen fast alles machen es konnte so was kann ich an und auch nicht zwei Eimer machte ich mir selbst zu tun um Charles Park auf Phoenix mega Projekt jetzt an den Werten Händen meiner Meinung ist ein Träger und dann ist er zu stehen noch kommen komm ich bin zum Portus ja weiß kaum wasser Warte ich brauche ich mache mir gleich den Wasser damit es bei mir mega läuft so So, erstmal drei Blöcke weggeschaufelt. Gut. Und unendliche Wasserquelle. Success. Ja, lol. Da war ich so ein YOLO-Swagger. So einer. So, jetzt brauch ich Lava. Das bedeutet, ich muss runtergehen, aber ich hab eh fast alle Rüstungspunkte, also. Nicht mein Problem. Also, warte, wo könnte Lava sein? Ohne, dass ich hier runtergehen muss. Ja, weißt was, ich geh gleich Minen. So, da hab ich das, das. Da. Canvas Bag. Ich hab ja ein Canvas Bag. Woher rumkommt das? Ja, so ist es. Ein Canvas Bag, komm, ja. So. So, passt doch. Man ist ein Trin liegt auch noch gut. Man kann ich so auch eigentlich gut runter, ohne dass ich Fallschaden bekomme. Weil ich da ein Wasser einmal hab. Aber hauptsache ich spring runter. Ja, klar, Philipp, warum nicht? Ja, klar, Philipp, warum nicht? Nie, da hab ich noch Eisen. Und alles mögliche. Genau, ja. Nord, was leckt der Dreck? Entfach mal so. da ist was tun und um ja und ich hatte die hässliche Sniper die Schlechts Tim Fortress das so ein Träger an wenn sie sind wenn es es ist nicht besser und nicht m Alter Junge, warum leckt der Dreck ein paar Mal so? Ja, komm Skelett, schießt! Ja, die töten sich gegenseitig! Gut, gut, super gemacht! okay, gut! Gut, ich gehe jetzt halt, nur bis diese Sachen tragen! Der Bank ist bloß endless.. ja komm jetzt steht der hässliche Pürer Nein! Er tötet alles! Netz! Köln sind und noch ein Leben es ist gut wir müssen Punkt C verteidigen Nein! Das ist aber scheiße, ich will einen anderen ich will wirklich sieben, du baut eins und wie lange ist die Folge schon? Keine Ahnung, aber hier kann ich jetzt gerade nicht hören nicht schon eine Zeit zu haben dann bist du tot das ist so schön das ist so schön Das ist ein Lapis. Lapis. Ich wurde getötet. Es ist ein Kopfloser. Dann ist klar. Dann ist klar, weil ich wegen YOLO. Puh. Das ist ein Lektor. Das ist ein Lektor. Das ist ein Lektor. Das ist eine Lektor. Ich stirbe dich. Ich Nowadays, das Verdох ist ein Lektor der. Da passiert mich. Das ist ein Hermann. Es ist sehr großartig. Es ist nicht so litt. So. Danke Gott. Oh mein Gott.